so die halli hallo und herzlich willkommen liebe judo freunde summer mario bros ist mal wieder am start in der letzten folge haben wir das schloss erfolgreich absolviert trubel im turm der bewegten steine und jetzt geht es flott und fleißig weiter ich kann euch nicht versprechen ob man da jetzt glimpflich vorbeikommen scheiße waren dann zwischen pilz das machen wir später das interessiert jetzt nicht wir gehen da oben rein spikes sandkasten spikes sandkasten in der sandkuchenwüste mal gucken mal gucken ob man es noch drauf haben vor allem ob ich noch alles finde das ist so ein arsch das war jetzt schlecht aber egal da unten haben wir die erste münze am start wir haben alles im griff die erste münze ist am start scheiße komm ich nicht hoch warte tada da oben müsste die zweite münze versteckt sein müsste jawohl das sieht auch sehr schön danach aus tada weiter geht's weiter geht's wir haben alles im griff wir haben alles im griff auf dem sinkenden schiff kapistig jawohl hätte sich eingefroren sehr schön checkpoint am start tot was haben wir da ein pilzkopf oh nein so ich glaube hier muss man rein wenn mich nicht alles täuscht jawohl und dann müssen wir uns glaube ich wenn ich es noch richtig im kopf habe klein machen tada sehr schön wir müssen jetzt aufpassen dass wir hier nicht hoch katapultiert werden wollen wir nicht wir müssen da durch aufpassen aufpassen und die dritte münze am start mal gucken dass wir hier durchkommen mit dem kleinen mario a moment 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 kurz warten kurz warten kurz abwarten oh schafft man das da hoch ne schafft man nicht egal kein leben aber egal wir haben alle drei münzen am start sehr schön so wir schauen mal was wir als nächstes machen entweder gehen wir hier rein laktius garten wenn ich es richtig ausgesprochen habe oder was ist da unten moment stein spikes da kato steak steak leckt mich doch am arsch wir werden schauen was wir als nächstes machen schauen wir mal auf jeden Fall drei stände am start sehr schön in diesem sinne leckere wie immer nicht vergessen Glocke aktivieren und wenn ihr möchtet könnt ihr gerne kostenlos versteht sich ein abo da lassen in diesem sinne bis zum nächsten mal ciao 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 ciao